Ja, Leben, hast recht. Hat's recht. Ich werde jetzt ein Leben erreichen bei dir. Nein, ich geh noch ne Runde. Nein. Klar. Nein. Ehrlich, schon nächste Folge? Na sicher. Hallo. Warum trifft er mich trotzdem? Du hast ja voll abgelenkt worden. Digga, Pisser. Hihihihi. Hihihihi. Er hat mich jetzt abgelenkt, weil er mir geschrieben hat, Pisser, und ich fall da voll runter. Ich wollte eigentlich tot. Tod und Hass schreiben. Centus, ich glaube, ich würde an deiner Stelle gleich auch mal zurückfliegen und mir überleben wollen. Ich weiß, was ich noch überleben wollte. Centus, was war los? Hast du es abgelenkt? Jetzt mal, ich vielleicht. Ist irgendwas passiert? Bei mir brauchst du es nicht machen. Ich habe es ja schon fast gedacht, dass das kommt. Wie kommst du denn da drauf? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, jetzt sehen wir noch die Geschichte, dass Donkey Kong entführt worden ist. Ja, ja. Achso, hier liegen aber naht. Ach, Mensch. Hm. Schnotter. Hä? Harry Schnotter. Was denn? Du. Gar nichts. Mach gar nichts. Müsste man auch stellen, wie schnell man durch das erste Level kommt. Ja. Und alles sammeln. Ja. 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 Mhm. Und gleich bist du so böse. Achso. Wo es nur die Bananen haben, ne? Mhm. Digga, faggot. Ich glaube nicht nur die Bananen haben, was sonst. Faggot. Auch die 8 Bananen da unten oder 7 Müttert sind nehm ich mit. Du kleine dumme Fassel. Äh, 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 äh. Äh, 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 das klappt, weil er höher die Position schon höher ist. Ja, ja. Wo du abspringst. 18, das hast du mir denn liebesvolles geschrieben. Kackaufen, lachen, grinsen, klackaufen. Ich hab dir gar nichts geschrieben. Ja, du hast mir im, im Moly's geschickt. Im Moly-holy's. Hab nichts gemacht. Ey, du faggot. Stirb einfach. Nein. Das ist es. Boah, das... Äh, Junge. Ich will nicht sterben. Ich stirbst jetzt aber. Nein. Du stirbst. Dann schiebst du halt jetzt. Nein. Herz Maul. Du fliegst genau davor weg. Nein. Okay, da verlierst du jetzt ein Leben. Äh, äh, äh. Hä? Hm, aber auf jeden Fall bei dem Fässer und Stütze... Du bist ein Arsch. Du bist ein Arsch. Du bist ein Arsch. Du bist so ein Arsch. Cheat. Nein. Ich hab gesehen, das war gecheatet, eindeutig. Lüg nicht. Sicher. Nein. Noch zu lügen. Rutsch da, rutsch da. Schade. Noch zu lügen. Läsch ist so ein Arsch. So ein dreckiges Arsch. Ne, mein Popo ist sauber. Tot. Tot. Oha, diese Viecher, die Nerven. Sind geil. Sind Arschlöcher. Was? Hüpf. Geradeaus gehen. Ja, ich würde sagen, nö, zintus, das war wohl nix. Das ist deine Schuld, ja. Warum? Was war denn jetzt? Es ist immer das deine Schuld. Ne. Also. Ich hab nix gemacht. Doch. Es gab... Doch hast... Boah, bist du behindert. Gratis? Achja, hier bin ich auch nicht geflogen. Du bist dumm. Dum dum dum. Da-da-dun. 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 Ah, jetzt können wir... Ah, nee ich muss ja hoch. Ich fast check das immer, dass ich hoch muss. Ja. Oh, Mord ist schreckend! Ne. wie doch was und oder answer von anfang und wenn nicht ja sonst statt dass du normalerweise den hast ja 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 frede kacke das sind mal die armen tiere habe ich die letzte mal schon danke fürs danke danke so gemein zu den tieren warum vielleicht vielleicht ein traf wie immer hier ist aber auch Kommt mal an, du luchst. Ich tue. Tutsi. 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 Oh, ich denke, Kifas. Miet. Rrrr. 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 Muss man safe. Nein. Wann kommt ihr das? Hm? Hier war doch das Ende. Nein. Hast du aber nicht. Sag doch, du schaffst es nicht. Oh, mal lacker ey. Boah. Kacke. Doch das Ende ist da hinten schon. Ne. Das wird es ja noch schwerer. Aber war ein guter Durchlauf. Wie viel Leben habe ich jetzt eigentlich noch? 5. Oh, geht noch. Noch kann ich das so machen. Was? Das war überhaupt nicht verabschied. Na. Na. Na, wo willst du hin? Abhauen. Hab keine Lust mehr. Tschüss. Weiß, wenn du jetzt weiter zurück gehst, kommst du. Hä? Okay. Cheat. Oh, gut. Hör mal aus. What? Hast du das aber gerade gesehen? Ich bin von da unten nur abgesprungen. Okay. Aber ich hab die Münze hier. Ja. Ah. So ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen. Treff ich wieder nicht. Oder? Ja, heute mal. Aber wenn man nicht aufpasst, das ist voll komisch mit der Stange zu springen. Ja, du drückst einmal nach vorne, dann springst du mit einmal noch weiter. Ja, ich finde aber die Spinne ein bisschen schlimmer. Ja, findest du? Nein, komm, verpiss dich. Und jetzt ab, den liegen hier rein. Schade. Hättest du dich nicht in die andere Richtung schmeißen können? Nein, das kannst du auch steuern. Ja? Ja. Ja, lass. Ene. Jetzt nach rechts und links steuern. Willst du nicht in die Kanone rein? Ne. Hab ich da schon. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Ich merk mir doch nie was. Au. Ah. Lecker Tement Honig. Ehh. Lecker.